Warum ArbeitnehmerInnen ihren Job kündigen, kann ganz verschiedene Gründe haben. Laut einer Umfrage der Jobplattform Indeed gibt es jedoch einen Grund, der besonders häufig angegeben wird, wie die Bild-Zeitung berichtet. Welcher das ist, erfährst du hier. Klar, vorne und damit auf Platz 1 der Hauptkündigungsgründe in Deutschland mit einem Anteil von 29,1% liegt das niedrige Gehalt. Angesichts der steigenden Energiepreise und der hohen Lebenshaltungskosten kein Wunder, dass das Gehalt nach wie vor eine entscheidende Rolle bei der Jobzufriedenheit darstellt. Auf Platz 2 steht das schlechte Betriebsklima mit 18,9% und auf Platz 3 das Verhalten der Vorgesetzten mit 17,6%. Die fehlende Homeoffice-Option ist auf dem letzten Platz der Top 10 Kündigungsgründe.